Am Ende ist das Gefühl, dass das so. Also gut, ich meine, es ist DayZ, da ist halt alles möglich, ne? Ja. Also ich habe schon das Gefühl, dass das schneller schlecht wird, als wenn du halt einfach es nur mit dir rumträgst während einer Spielsession. Immer wenn ich mich einlogge und sehe, ich habe noch Raw Meat, versuche ich es immer schnell zu gucken, weil es schon so oft schlecht geworden einfach, nachdem ich wieder eingeloggt habe. Ja, aber gut, vielleicht, weil man dann noch so ein bisschen mehr so die Zeit aus den Augen verliert, wenn es halt über zwei Spielsessions verteilt ist, so. Ja, kann halt auch sein. Halt ich auch nicht für ausgeschlossen. Alter, du willst mich doch verarschen. Das muss ich jetzt eigentlich noch kurz aufnehmen. Oh, aber ich sollte vorher den Topf ausmachen. Bevor das Ganze vielleicht kaputt geht. Was wird das Ganzeashion.